Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TrackNerds, der Star Trek Discovery Show bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael, hallo. Hallihallo. Alle 14 Tage sprechen wir über die aktuelle Staffel von Star Trek Discovery. Morgen geht's wieder los und damit wir für euch einen schönen Einstieg ins Jahr 2019 haben, haben wir uns gedacht, sprechen wir doch mal ein bisschen vorab über unsere Erwartungen an die zweite Staffel und wir werden auch über die Short Tracks reden. Vier Kurzfilme, die CBS All Access aus Verzweiflung rausgebracht hat, damit auch wenigstens ein kleiner Grund besteht, dieses Abo in den USA weiterzubehalten. Aber dazu später mehr, denn zuerst... Zuerst, wie üblich, auch 2009 sind das Vorgeplänkelt, das wir immer haben. Und wer uns nicht kennt, wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer. Unsere Webseite sagen wir zwar der deutsche Podcast für Filme, Serien, Cosplayer und Star Wars, aber ist ja auch egal. Ihr findet uns auf nerdizismus.de, wo ihr auch einen großen roten, manchmal grünen, manchmal bunten Abonnieren-Button findet, wo ihr draufklicken könnt und unseren Podcast dann in euren Podcatcher, in euren Feedreader eurer Wahl reinladen könnt. Wer das nicht möchte, kann uns auch bei den großen Plattformen wie Spotify und iTunes finden. Einfach Nerdizismus eingeben und da findet ihr unsere ganzen Casts, die dann bestehen aus unserem Hauptcast. Und diversen Nebencasts, wie den West-Nerds, die hier, wo es über Westworld geht, hier den Track-Nerds, Game of Nerds über Game of Thrones geht auch demnächst weiter. Nerdplay machen wir gerade nicht so viel und die Nerdizismus-Singles, wo manchmal ein Nerdizist über ein Thema redet. Die Folgen könnt ihr alle hören und wer die gehört hat, kann sie auch kommentieren auf diversen Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Und wer keinen Bock hat, da was zu kommentieren, aber trotzdem was zu schreiben, kann auch an info-at-nerdizismus.de schreiben, denn wir freuen uns immer über euer Feedback und alles, was ihr uns zu unseren Folgen oder zu diversen Themen schreiben möchtet. Wow, ich glaube, das war mit Abstand das beste Mal. Ja, super, weil lustigerweise die letzten zwei Male, wo du jetzt nicht dabei warst, scheint jetzt so an dir zu liegen, habe ich immer so ein bisschen geholpert und gestolpert bei den Dingern. Aber vielleicht müssen wir einfach im Team dabei sein, damit ich diesen Spirit dafür habe, ne? Ich glaube, es liegt eher daran, dass du zum ersten Mal Vero nicht erwähnt hast, was absolut in Ordnung war. Ja, ich meine jetzt so anderthalb Jahre, nachdem wir da irgendwas gemacht haben auf Vero, ist es schon mal ganz gut, das wegzulassen. Genau, dann lassen wir aber dieses Mal nicht weg, was wir in der letzten Folge von den Track Nerds, die ja fast ein Jahr her ist, mal an Hoffnungen geäußert haben für die Staffel 2. Ich hatte damals gesagt, jetzt wo wir alles etabliert haben, dann können wir ja vielleicht endlich mal was entdecken. Hatte die Hoffnung geäußert, dass die Nummer mit der Enterprise vielleicht zwei, drei Folgen andauert. Bin davon ausgegangen, dass Bock nicht mehr vorkommt. Und hab eigentlich gedacht, es wird wahrscheinlich so ein Story-Villain geben für die ganze Staffel, aber sonst eigentlich mehr ein bisschen mehr Planet of the Week. Deine Hoffnung war so ein bisschen einfach nur, wer Spock wird. Sonst hattest du dich da gar nicht so zu geäußert. Fangen wir mit dem kurzen an. Spock ist wieder da. Regecastet, nicht Zachary Quinto genommen, mit einem, ja, noch etwas unbeschriebenen Blatt als Schauspieler. Von dem kennt man jetzt nicht so viel. Eason Peck heißt der Junge, ist auch sogar jünger als wir beide. Mal ein Spock-Darsteller, der jünger ist als wir. Also wir werden alt. Oder Zachary Quinto, der war auch schon jünger als du zumindest, oder? Das ist ein Salz in der Wunder. Ich sehe ja, ich wurde letztens, wurde ich noch angesprochen mit, also von alten Damen werde ich natürlich immer noch mit junger Mann angesprochen. Da kann ich jetzt nicht so viel drauf einbilden. Aber ich werde Gott sei Dank noch konsequent unter 40 geschätzt, auch wenn das schon lange nicht mehr stimmt. Ja, ich habe auch immer so ein Babyface. Man schätzt mich auch immer noch mehr Richtung unter 30 als schon mit 30. Naja, ganz egal. Den Eason Peck, den kennt man aus verschiedenen Filmen, wie jetzt Duell der Magier. Oder ich glaube, bei Serien hat er auch bei sowas wie Gossip Girl mal mitgespielt. Und vor allen Dingen bei dieser ziemlich kurzlebigen Serie. Ich meine, die war kurzlebig. Zehn Dinge, die ich an der hasse. Also eher aus dem Teenie-Universum so nix so richtig Seriöses, was wir jetzt als seriös betrachten würden. Viel Disney-Zeug, viel Teenie-Zeug. Mal schauen, was der so kann. Also von der Optik her gefällt er mir ganz gut und geht mehr in Richtung Zachary Quinto als der original Spock. Das stimmt. Dann gibt es noch jemand Neues. Wir haben einen neuen Showrunner. Der heißt Alex Kurtzman und der ist dann doch gar nicht so ein unbeschriebenes, wenn auch sehr zweischneidiges Schwert, was seine Karriere und seine Vita angeht. Der ist jetzt der Hauptverantwortliche bei CBS für alle Star Trek-Serienprodukte. Also auch für die kommende Sektion 31-Serie und wahrscheinlich dann auch für die kommende PK-Serie. Er war schon Produzent bei den Star Trek-Filmen, den neuen. Er hat auch Teile von Amazing Spider-Man, seine Finger drin gehabt. Und er war Regisseur beim ganz grandiosen Dark-Universe-Film The Mummy. Dafür ist er dann auch dreimal für die Goldene Himbeere nominiert worden. Da hat er sie aber nicht bekommen. Also man sollte eigentlich meinen, für was, wenn nicht das dafür. Nein, er hat eine Goldene Himbeere bekommen, nämlich für Transformers die Rache. Er hat aber auch was gewonnen, diverse Preise, zum Beispiel auch für Fringe. Also das ist irgendwie alles sehr gemischt. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Bevor wir kurz über den Trailer sprechen, es gab ja zwei Ankündigungen. Eine, es gibt eine neue PK-Serie, dazu haben wir eine Extra-Folge gemacht. Und jetzt gab es noch eine Ankündigung. Es gibt eine Sektion 31-Serie mit Michelle Yeoh. Die heißt die so, ne? Ja, genau. Also Emperor bla 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 aus der Staffel 1 als Hauptcharakter. Und da hätte ich mal ganz gern deine Meinung. Was hast denn du gedacht, als du das gehört hast? Die Produzenten hatten schon letzte Staffeln seltsamen Fetisch zu Michelle Yeoh. Oder beziehungsweise zu dem Charakter. Wo man dachte, der wäre jetzt ein One-Off-Ding, was im Mirror Universe aufgetaucht ist. Hatte sie doch eine etwas größere Rolle. Was mich gewundert hat, weil am Anfang haben sie die schön gekillt. Du meinst jetzt als Captain Georgiou? Als Captain Georgiou, genau. Da fand ich es interessant, weil die Michelle Yeoh, die kennt man eigentlich auch nur so aus Filmen. Das war nett, dass die so eine Rolle besetzt haben. Und das dachte ich wirklich, das wäre so ein One-Off. Aber dann haben die den Emperor mit reingebracht. Und haben sich in die verliebt. Und sind jetzt auf den Triff, ihr eine Serie zu geben. Okay, Sektion 31. Habe ich nichts gegen, wenn wir eine Serie dazu bekommen. Aber dass sie unbedingt mit ihr startet, wo sie für mich so eine Karikatur eigentlich eher eines Charakters. Und ich bin da skeptisch. Aber ich war auch bei vielen anderen Sachen skeptisch. Und lasse mich gerne überraschen. Ich hätte lieber eine Sektion-Serie. Nochmal wieder etwas ganz anderes. Und nicht unbedingt im Discovery-Universum. Ich meine, wir bekommen die PK-Serie. Vielleicht hätten sie dann noch mehr Spin-Offiger gehen können. Ich weiß nicht, ich bin mir auch bei diesem Thema sehr unsicher. Ich weiß, dass ich in einer Folge gesagt habe, sowas sinngemäß fällt beim Schreiben dir nichts ein. Nimm doch Sektion 31 rein. Irgendwie sowas in der Art. Also Sektion 31 ist halt für mich so eine Nummer, die kam bei Deep Space Nine dann zum ersten Mal vor. Ich weiß nicht, da gibt es ja auch so einen Geheimagenten in der TOS-Ära. Ich weiß nicht, ob der auch Sektion 31 war. Das weiß ich gerade nicht genau. Aber bei Deep Space Nine dann auf jeden Fall. Und dann war das halt ab und zu mal ganz interessant, auch mal so die dreckige Seite der Föderation zu sehen. Und in Maaßen, genauso wie das Mirror-Universe, habe ich da auch gar nichts gegen. Aber eine Serie, die eine nachgewiesenermaßen Massenmörderin, faschistoide Frau als Hauptcharakter hat, in einer Serie, in einem Universum, dessen Vision von Gene Roddenberry mal war, das Beste der Menschheit zu zeigen. Ja, damit habe ich irgendwie so ein Problem. Nenn mich altmodisch. Das wird auch heute noch öfters mal Thema sein, dass man mich gerne Grumpy Old Man nennen kann. Ich glaube, das muss man nicht so kritisch sehen. Die Star Trek-Ideale sind noch da. Ja, aber wir müssen ja ehrlich gesagt sagen, ich glaube, auch schon in den 90ern sind die stark von dem abgewichen, was der Roddenberry damals sich noch vorgestellt hatte. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich kenne seine Vision nicht so sehr. Aber das wird ja immer wieder gern von Fans hervorgebracht. Das war nicht, was Gene Roddenberry wollte. Na gut, der Kerl ist keine Ahnung wie lange tot. Und bei den meisten Franchises muss man sagen, irgendwann müssen die sich ja auch mal weiterentwickeln. Und irgendwann müssen die auch mal andere Regionen zeigen. Kennen Star Wars-Fans das alte Thema. Die regen sich immer über neue Sachen auf und wollen am liebsten, du bist ja auch das beste Beispiel, immer ihren Rogue One haben. Was natürlich auch Neues einführt, aber dann doch irgendwie im Alten hadert. Und ich finde, ein Sci-Fi-Universum wie Star Trek kann auch mal ausgelotst werden und kann auch mal in allen Ecken nachgeschaut werden. Vielleicht geht man dann nur noch in Richtung Trek. Nicht Star Trek. Oder nennt es irgendwie ganz anders. Dass es Anleihen dafür hat. Aber Sektion 31 finde ich ein spannendes Thema und kann auch noch mal ein paar neue Perspektiven reinbringen. Ich mochte Sektion 31 in den ganzen Folgen und ich hätte auch immer gerne mehr davon gewusst. Und wir haben ja jetzt nur in, ich glaube, DS9, vor allem in diesem, wie hieß er, den einen Charakter da gehabt, der immer wieder aufgetaucht ist. Ja, ich komme gerade nicht aus. Ja, der fand ich sehr spannend und ich hätte gern mehr darüber gewusst, aber dadurch, dass das so nebulös geblieben ist, fand ich es immer super. Kann nach hinten losgehen, muss aber nicht. Ja, das ist ein gutes Stichwort der Trailer. Es gibt ja zwei große Trailer. Ich will auch gar nicht auf die einzelnen Dinge eingehen. Wir haben jetzt hier keine Traileranalyse. Aber als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Es gibt jetzt dann doch Klingonen mit Haaren und auch Vulkania mit Haaren. Also der Spock ist ja jetzt auch ein Hipster geworden. Ansonsten ist halt wieder viel Bumm und Tapete und Schießerei und Phaser und so. Es gibt anscheinend einen Staffelbösewicht. Aber mein erster Impuls war, ah, ein neuer Avengers-Film. Das fühlte sich mehr nach Marvel an, als nach Star Trek. So, auch diese ganzen One-Liner, die da kamen und dann diese, er hätte eigentlich gedacht, Thanos kommt jede Sekunde um die Ecke. Ja, ich habe mehr an die neuen Filme gedacht. An die Chris-Pine-Filme, an die Zachary-Quinto-Filme, als ich den Trailer gesehen habe. Dass sie noch mehr, ja, in Richtung seichte Action gehen. Aber ist das Phänomen, ist das Problem mit Trailern? Die Trailer müssen natürlich Action zeigen. Die müssen natürlich was zeigen, um die Zuschauer heute an der Leine zu halten. Beziehungsweise Spannung aufzubauen. Sie haben, die Produzenten haben im Vorhinein Besserung gelobt, was man in diesen Trailern schon ein wenig sieht. Stichwort Klingonen und so. Könnte ja vielleicht in die richtige Richtung gehen. Um es dann hinten raus mit einem ganz schlechten Pipi-Kacker-Orwell-Gag wieder kaputt zu machen. Na, ne. Ah doch, komm, das war doch ein 1 zu 1, die Orwell-Rip-Off, diese Szene im Lift mit dem Alien, das Schnupfen hat. Also es gibt eine Szene, da steht so ein Alien mit großen Fischaugen. Klassischer Comedy-Shot, so von vorne in den Lift rein. Dann kommen so die ganze Crew, läuft dann so in den Lift rein. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Anson, 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 Lieutenant, Lieutenant, Lieutenant. Also so geht es schon los, ja. Dann muss das Alien irgendwie so niesen und dann fragt dann die Michaela, oh, haben sie Schnupfen? Ja, es geht gerade rum. Und demnend rotzt das Alien halt volle Kanne den Nachbarn an. Echt, ja stimmt, das hört sich wirklich sehr nach Orwell. Habe ich den Trailer gesehen? Habe ich den vermieden diesmal? Und das war, es war auch so gefilmt wie die Orwell, es war plötzlich viel heller alles und als hätten sie den Farbkontrast mal kräftig rauf gedreht. Und da habe ich mir echt nur so gedacht, so, au, 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 jetzt müssen sie nicht nur Star Wars und MCU nachmachen, jetzt müssen sie auch noch die Orwell hinterher hecheln. Na gut, ich glaube schon, wenn Star Trek, das klassische Star Trek heutzutage rausgekommen wäre, dann würde es, glaube ich, mehr, ja, meinetwegen vielleicht nicht Marvel, sondern erinnert mich mehr an das klassische Star Trek, wie es in Action wäre, also wie die Reboot-Filme heutzutage. Und ich finde das jetzt nicht verkehrt und Marvel ist einfach erfolgreich und es wird immer damit verglichen, aber ich glaube, der Vergleich hinkt so ein bisschen. Orwell vielleicht, aber ganz ehrlich, im Rückblick fand ich immer noch die erste Orwell-Staffel besser als die erste Discovery-Staffel. Ja, und weil das fast alle Star Trek-Fans sagen, haben sie diesen Kack-Gag am Ende reingebracht, damit sie sagen, hey, wir können auch lustig sein, schaut uns an. Aber das Problem. Aber Star Trek war doch auch schon immer lustig, wenigstens trockenlustig, aber Star Trek war lustig zwischendurch. Ja, in Dialogen zwischen Charakteren, die aufgrund ihres Naturells halt nicht zueinander passen. Pille und Spock, Worf und die Crew, ja, Quark und Udo und so weiter. Aber nie Pipikaka und Rotze im Gesicht-Humor. Ja, okay. Es ist ein anderes Star Trek. Warte mal ab, Discovery habe ich jetzt somit abgeschlossen, hat versucht, seinen eigenen Stil zu finden, hat vielleicht seinen eigenen Stil gefunden, was okay ist für die Serie. Wenn sie für Section 31 ihren eigenen anderen Stil nochmal finden, das wäre gut. Wenn sie es wieder wie Discovery machen, fände ich es kritisch. Und dann ist ja immer noch die Pipikaka-Serie da, die vielleicht wirklich alte Fans mehr befriedigt. Das ist ja dadurch, dass allein irgendwelche alten Autoren von Star Trek wieder da ansitzen und da mitmachen. Na gut, schauen wir mal, wie es weiter geht. Morgen wissen wir mehr. Damit wir aber euch ein kleines bisschen einstimmen, wollen wir jetzt auch nochmal kurz über die Short Tracks reden. Die waren ja als vier 15-minütige Filme, Kurzfilme angekündigt, um einen einzigen Grund wenigstens zu liefern, während der nicht Star Trek Discovery Zeit bei CBS All Access zu bleiben. Hier in Europa musste man lange drauf verzichten. Seit heute sind sie dann jetzt auch bei Netflix, Deutschland und UK und so weiter verfügbar, sogar sehr gut versteckt. Also man findet sie fast gar nicht, wenn man nicht auf Trailer klickt in der Staffel, was man ganz unten findet. Auf dem Handy habe ich es gar nicht gefunden. Auf dem Browser, im Rechner, auf Netflix habe ich es gefunden. Ich muss mal auf dem Smart TV gucken, ob ich es da finde. Da muss man dann, also bei mehr, ihr habt ja Folgen und Staffeln und da müsst ihr auf mehr gehen und dann unter den Trailern, da sind die dann. Also sehr, sehr dezent eingebaut, fast als würde man sich dafür schämen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr oft laut gelacht, aber nicht, weil er zu lustig war. Echt? Ja. Also ich habe ein ganz anderes Bild von denen. Wir können gerne gleich im Detail drüber reden. Ich finde es schade, dass wir in Deutschland das jetzt so hinterhergeworfen bekommen, weil meiner Meinung nach haben die Dinger Potenzial. Schöpfen sie vielleicht nicht überall aus, aber für mich geht das mehr in die Richtung von Star Trek, als Discovery in der ersten Staffel war. Naja, fangen wir mal mit der meiner Meinung nach besten Episode an. Mhm. Kalypso. Kalypso. Eine nette Kurzgeschichte um die Discovery, die seit tausend Jahren in einer Warteposition steckt und die dann installierte künstliche Intelligent eine Rettungskapsel auffängt. Und dann entspinnt sich, ich sag mal, ein bisschen eine wie her orientierte Liebesgeschichte zwischen dem Geretteten und der künstlichen Intelligenz Zorah. Naja, lustigerweise fand ich das die beste Episode von allem und da kommt am wenigsten Discovery drin vor. Naja, Discovery ist ja der Hauptcharakter mehr oder weniger in diesem Short. Und mich hat es noch mehr an Wally erinnert. Ja, danke, dass du sagst. Danke, dass du sagst. Wally. Warum? Weil Wally auch so in einer Zukunft spielt, wo ein Roboter alleingelassen rumhüpft und Gefühle entwickelt. Und das hat ja die künstliche Intelligenz. Also es ist jetzt nicht, erstmal muss man sich fragen, künstliche Intelligenz und Discovery? Hm. Aber es scheint wohl der Computer gewesen zu sein, der sich dann so ein bisschen über die Jahre weiterentwickelt hat, in denen er alleine da war. Und das Konzept finde ich recht spannend. Und ich frage mich wirklich, wenn die Serie jetzt die nächsten Jahre überlebt, ob wir da hinkommen. Nein. Oder ob die das irgendwann weglassen und sagen, meinetwegen, das ist wieder ein Mirror oder Paralleluniversum. Das ist eine geile Idee mit der Zora und ich sage dir, es wird keine Rolle mehr spielen. Mhm. Es wird keine Rolle mehr spielen. Also es wäre toll. Ich meine, auf der einen Seite ist natürlich ein bisschen Panne. Wir wissen jetzt, dass die Discovery nicht zerstört wird. Also es ist natürlich ein bisschen jetzt so die Spannung raus aus der ganzen Nummer. Aber es wäre schon cool, irgendwie die Serie damit aufhören zu lassen, dass das Schiff aufgegeben werden muss oder in dieser Warteposition. Aber sie werden es nicht tun. Aber es wäre geil, wenn sie es tun würden. Aber sie werden es nicht tun. Sie werden es nicht tun. Aber an sich fand ich den Kurzfilm ein cooles Konzept. Für solche Konzepte ist Star Trek gemacht. Auch wenn es emotionaler war, als Star Trek in den 90ern zumindest immer war, habe ich die ganze Geschichte und auch diesen Charakter sehr gemocht. Und auch vor allen Dingen, ich glaube, das lag an der Stimme von der Discovery, war die Discovery mir sehr, sehr sympathisch in dieser Folge. Ja, das stimmt. Wer mir nicht sehr sympathisch war, ist der wahrscheinlich nicht vorhandene wissenschaftliche Berater. Der muss wohl gerade Urlaub gehabt haben oder gar nicht da. Und ich habe mir nur so gedacht, wo ist Michael Okuda, wenn man ihn mal braucht. Denn eine Sternschnuppe im Weltall wäre in einer Sci-Fi-Serie, die zumindest den Hauch versucht, realistisch zu sein, nicht vorgekommen. Und da habe ich das erste Mal bei den Short-Tracks ganz laut gelacht, weil ich mir gedacht habe, welcher Vollhonk hat das bitte gemacht? Das ist ganz kurz. Der Typ guckt aus dem Fenster im Weltall und dann fliegt am Fenster eine Sternschnuppe vorbei. Mir ist es noch nicht mal aufgefallen. Es ist ein richtiger Disney-Shot, eins zu eins. Ja, so und, nee, sorry, das ist, das mag jetzt wirklich total kleinlich sein, aber Star Trek hatte immer den Anspruch, ein gewisses gerüttelt Maß an Realismus reinzubringen und an wissenschaftliche Berater. Man hat sich extra Wissenschaftler geleistet, die die Crew immer beraten haben. Und dann macht man so ein, also einfach nur um des Effektes willen, also es ist mir, nenn mich Nipp-Picking oder Grumpy Old Man, aber es ist mir echt sauer aufgestoßen. In dem Fall wäre es mir egal gewesen, weil es vielleicht zur Story passt. Ich meine, letztendlich hätten die, wenn sie es, wenn sie es gewollt hätten, hätten sie auch dafür eine wissenschaftliche Erklärung finden können. Ja, nee, nee, das wusste ja nicht. Ich habe mich jetzt einfach mal weggelassen. Du, ich gucke gerade immer noch wieder zwischendurch TNG weiter und habe da, es gibt Lichtwesen, die auch nicht so erklärt werden, also von daher. Ja, aber trotzdem, das ist Sternschnuppen im All, nee, Entschuldigung, woran soll die sich denn reiben und entzünden bitte? Wo, wie soll es Sounds im Weltall geben? Das ist natürlich auch Panne, ja. Ja. Ja, trotzdem. Das ist, das ist so, nee, da hätte, da hätte, wenn bei TNG das einer vorgeschlagen hätte, hätte der Michael Okuna gesagt, und er wäre auch immer für die Folge gewesen, Leute, seid ihr noch ganz sauber? Da machen wir mal nicht so einen Unsinn. Es ist einfach ein anderes Star Trek. Das sehe ich ja immer wieder dadurch, wenn man sich die alten Sachen anschaut. Ich meine, früher, Next Generation wurde was mit dir... Aber ich kann doch nicht den Markenkern von irgendwas so vergewaltigen, wie die es tun. Ich bringe doch auch keine Cola auf den Markt oder beziehungsweise jeder, der versucht hat, eine andere Cola auf den Markt zu bringen, die dann durchsichtig war oder grün, hat es nicht geschafft. Cola ist halt wie Cola, da kannst du nichts dran rumändern. Da kannst du mal eine Light-Variante machen und mal eine zuckerfreie Variante lassen. Am Ende ist der Scheiß immer Cola und jeder, der versucht hat, irgendwas anderes zu machen, ist gnadenlos gescheitert. Also ich versuche jetzt gerade nochmal den quintessentiellen Satz zusammenzubekommen. Mission to explore strange new worlds, bla bla bla, was sie immer so gesagt haben. Jetzt kommen wir nicht mit strange new world. Ja, aber letztendlich die Philosophie von Star Trek war es immer, irgendwas Kurioses, Interessantes zu entdecken. Gehen wir mal zurück auf das Original Star Trek, auf TOS, die Originalserie. Also wenn sie da versucht hätten, irgendwas wissenschaftlich zu erklären mit Gottwesen und anderen bla... Ja, aber verstehst du, ich rede hier nicht von einem fantastischen Plottelement, das man irgendwie braucht, um die, hier geht es einfach um... Die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Punkt. Doch, sorry, Punkt. So, lass mich nicht von abbringen. Ich find's kacke. Kannst mich nicht überzeugen. Ich find's schlampig. Sloppy Work. Und Sloppy Work zieht sich durch das ganze Ding durch. Egal. Alles klar, dann weinen wir mal weiter. Sonst war das ja alles in Ordnung. Aber da hab ich echt gedacht, so ey Freunde, das kann jetzt nicht wahr sein. Wo ich auch gedacht hab, das kann jetzt nicht wahr sein, war in der nächsten Folge Runaway. Eine Alien-Frau, die sich wie der Bredator tarnen kann und auch fluoreszierend blutet, nur orange und nicht grün, schmuggelt sich an Bord der Discovery, zerstört sinnlos die Kantine, outet sich als Genie und Königin, die den Schlüssel zur Lösung aller Energieprobleme im Kopf hat und wird Tillys Freundin und geht wieder nach Hause. Äh, okay. Ey, das war für mich die schwächste aller Episoden. Ja, war für mich auch die schwächste Episode. Ich verstehe, was damit gesagt werden wollte, was damit ausgesagt werden wollte, dass sie so ein bisschen eine, ja, die Parallelen zu Tilly, zu ihrer eigenen Problematik Coming of Age reinbringen wollten, dass sie erwachsen wird, dass sie sich von ihren Eltern loslöst und dass sie ein bisschen noch Probleme hat, sich in ihre Rolle als Offizier reinzufinden. Aber es hat sich die ganze Zeit, das hat sich alles sehr kindisch angefühlt. Und ich kann es noch nicht so richtig festlegen, aber diese ganzen Elemente wie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal die kindliche Kaiserin, die nicht ihre Rolle annehmen will, sehr kitschig und für mich eher und Star Trek-haftig als die Kalypso-Episode. Was mir an dieser Episode, ich muss es leider wieder sagen, sauer aufgestoßen sind, war in dieser Episode wirklich das Faktum, dass man sich um Continuity einfach nun überhaupt nur noch einen Scheiß schert. Gibt übrigens eine offizielle Aussage zu dem Thema, kann ich gleich nochmal. Okay, dann bin ich mal gespannt. Darauf, wo ich hinaus will, ist, dass diese Alien-Königin, Genie-Wissenschaftlerin den Schlüssel zur unendlichen Energieversorgung in der Hand hält, nämlich indem sie rausgekriegt hat, wie man die Lithium wieder rekristallisieren kann. So, das ist ein Riesending und deswegen wird sie irgendwie gejagt. Und das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist, und ich bin jetzt echt kein Hardcore-Tracker, ja, wirklich nicht, ja, aber das Erste war, hä, das hatten wir doch in Star Trek 4, die Folge mit den Wahlen und da schafft er Spock mit Technik aus den 80ern. Äh, echt jetzt? Und dann schiebt dann die Tilly, beamt sie dann später einfach auch irgendwie von irgendwo wieder auf den Planeten zurück. Was auch jetzt sowas ist, was Scotty gerade mal irgendwie so hinbekommt, wobei da, wer weiß, wo die Discovery war. Stimmt, das war dieser Planeten-Transfer. Ja, genau, hinterplanetares Beamen, ja. Da hab ich ja auch gedacht, okay, euch ist jetzt Continuity und Canon und Physik in Star Trek und so, das wird jetzt alles einfach Redcon gemacht und dann gibt's dann so eine Aussage, vielleicht spielst du auf die Hand von dem Alex Kurtzman, der dann in dem Interview sagt, Ja, weiß ich alles, aber das ist so viel Stuff, da kann ja kein Mensch mehr drauf achten, deswegen fuck you, ja. Und, weißt du, Michael Piller hat sich da eingelesen und hat versucht, natürlich kann man nicht alles immer und natürlich gibt es Dinge, die sich mal widersprechen, aber man kann's doch wenigstens versuchen. Das ist dein fucking Job als Showrunner, wenn du mich fragst. Hm, er hat ja offiziell jetzt in so einem großen Interview oder in einer großen, ich weiß gar nicht, wo es herkam, gesagt, der Alex Kurtzman, ähm, genau mit Entertainment Weekly hat er gesprochen und da hat er darüber gesprochen, was es mit diesem Canon zu tun hat und warum sie so oft abweichen davon. Und ich fand's eine ganz interessante Aussage, die vor allen Dingen gezeigt hat, wo sie mit Star Trek, zumindest mit Star Trek Discovery hingehen. Die haben gesagt, die haben Leute in ihrem Writer Room, die darauf hinweisen, wo denn Canon gebrochen wird und wo irgendwas überhaupt nicht funktioniert mit dem, was vorher gewesen ist. Und dann meint er dazu, ja, mhm, 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 aber es gibt jetzt mittlerweile 50 plus Jahre an, an Inhalten und es wäre im Prinzip, äh, faktisch unmöglich, immer Konsistenz im, im Kanon zu bleiben. Und vor allen Dingen gibt's ja auch ein paar Jahre, wo es Star Trek nicht gab und so weiter und so fort. Das könnte man ja auch noch auffüllen mit Sachen und letztendlich die beste Version der Story müsste im Fahrersitz sein. Und die beste Version der Story ist, äh, für ihn ein subjektives Ding und deshalb haben die verschiedene Leute bei ihren Autoren dabei, die verschiedenes vorschlagen und verschiedenes, äh, da reinbringen, was jetzt auch so ein bisschen nicht passend zum Kanon ist. Das ist für mich eine interessante Erklärung, ist aber eher das Beiseitewischen von sehr viel, äh, Fankritik, die jetzt in den letzten zwei Jahren an Star Trek Discovery geübt wurde. Und für mich so ein bisschen, ähm, seichte Ausrede dafür, keinen Bock zu haben, alles so groß zu inkorporieren. Weil man kann es machen und man kann es auch einigermaßen gut machen, was jetzt, äh, vor allen Dingen die Star Trek Reboot Filme gezeigt haben, die jetzt auch natürlich nicht komplett im Kanon drin waren und wo es alles ein bisschen moderner gewirkt hat. Ähm, aber dann soll man sich doch eine andere, wie wir es schon so oft gesagt haben, dann soll man sich eine andere Zeitlinie aussuchen. Dann soll man irgendwo anders hingehen. Und wenn man eine Bekanntheit mit reinbringen will, dann macht man eine Bekanntheit mit Next Generation, was doch auf Netflix und Co. auch rauf und runter läuft. Und meistens sogar noch im Fernsehen auf Tele 5 noch, äh, gezeigt wird. Für mich ist das eher, äh, eine blöde Ausrede, dass sie sich jetzt nicht genau an den Kanon halten, weil sie die beste Story, äh, rausbringen wollten. Weil den Kanon brechen sie ja an vielen Stellen schon ziemlich stark. Und sie brechen ihn an Stellen, die mit der Story nichts zu tun haben. Ja. Also, der wird ja nicht gebrochen, damit die Story besser wird. Der Kanon wird gebrochen, die Story ist trotzdem scheiße. Genau. Das ist, wie du sagst, das ist, äh, es, nee, sorry, das ist, äh, es ist einfach lazy writing. Ich wiederhole nicht. Letzter Satz in dem ganzen Artikel ist hier von ihm. Also, es gibt, ähm, es muss ein Kompromiss gefunden werden im modernen, äh, Filme machen, im modernen Schreiben von Star Trek, ähm, um modernes Fernsehen hinzubekommen, ohne, äh, dass man sich jetzt, ähm, zu stark an den Kanon halten muss. Da bin ich sogar bei ihm. Ja, genau, bin ich, bin ich bei ihm. Aber es ist schon, es gibt schon so eine graue Linie, die manchmal überschritten werden kann. Und für die Fans überschreitet Discovery diese graue Linie doch schon ziemlich oft. Weil es den Markenkern einfach aushöhlt. Ja? Ja. Weil es den Markenkern einfach aushöhlt. Du kannst als Porsche mal einen Kleinwagen machen. Bro, du darfst aber nicht erwarten, dass dich danach noch irgendeiner ernst nimmt, ja? Ja, kann man machen, kann man aber halt auch bleiben lassen. Also, von daher, eine Sache, und das, das war auch blöd. Und jetzt kommt auch was zum Tragen, und das fand ich auch albern, da hab ich, in der Folge hab ich dann laut gelacht, hab ich zweimal laut gelacht. Dass eine angehende Mega-Mathematikerin, Wissenschaftlerin im Kommandotraining mal eben ihren Finger in eine unbekannte Flüssigkeit steckt. Ja, ich hätte nur noch gefehlt, dass ich mal dran geleckt hätte, ja? Nur um dann drei Sekunden später einen Rippt-Rekorder rauszuholen. Also, hm. Aber weißt du, was wirklich komisch war? Das Gespräch mit der Mutter. Mhm. Weißt du, warum? Weil man sie nicht gesehen hat. Ja doch, die war ja als Hologramm da, die Mutter. Ja, aber man hat ihr Gesicht nicht gesehen. Man hat sie nicht mehr von vorne gesehen. Ja, und das Ganze sah irgendwie aus, als würde, wäre die in Hogwarts und würde mit dem kopflosen Nick reden. Mhm, ja. Weil dieses, dieses, dann auch noch dieses wallende Kleid, dieses halbtransparente Hologramm, das so durch den, durchs Schlafzimmer huscht, ja? Da hab ich gedacht, das ist jetzt irgendwie so eine, so eine Rede mit dem Geist ihrer Mutter, ja? Also, unglücklich, sagen wir es mal so, unglücklich, ja. Also, sie wollten sich wahrscheinlich offen lassen, dass sie die Mutter irgendwann nochmal richtig casten und haben dann das so ominös da reingebracht. Ich fand das eher seltsam, dass die Story so stark auf die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern eingeht und auch dieses Coming of Age und dann sieht man noch nicht mal die Mutter richtig. Ja, ja, stimmt. Jetzt wurde Sachs, hast du eigentlich recht, ja. Wer auch keine Mutter hat, ist Saru in Folge 3, The Brightest Star. Also, so eine Saru-Origin-Story. Sag du mal was dazu, bevor ich mich dazu äußere. Ich hätte gerne eine ganze Folge dazu gesehen und dann zwei Teile in der aktuellen Staffel, wo man so ein bisschen die Hintergründe von Saru so explorativ rausfindet durch Flashbacks und alles Mögliche. Das war für mich verschwendet dadurch, dass sie es in 15 Minuten reingepackt haben. Vor allem, weil die Entwicklung da drin so schnell ging. Da hätte man sich eine ganze Folge Zeit lassen können, um das zu erklären, weil das ging mir alles ein bisschen zu schnell da. Genau das Gleiche hatte ich auch hier so. Ja, das interessiert mich, aber doch nicht in 15 Minuten. Ja. Vor allem nicht mit dem Ausgang. Ja, also, dass dann er in der Lage ist von so einem Teil, das da abfällt. Wie sagt der alte Mann? Es ist sometimes das. Fällt halt ab und zu mal ein Teil runter. Joa, passiert halt. Da hätte ich gedacht so, oh nee, ernsthaft. Es hätte so viele bessere Wege gegeben, in der Viertelstunde, aber wie du sagst, in der richtigen Folge zu erläutern, warum die Starfleet oder warum die Giorgio die Erlaubnis kriegt, von Starfleet die Prime Directive in 100.000 Wegen zu brechen, um ihn da runter zu holen. Mir fällt übrigens gerade nochmal wieder ein, wo wir sagen, wieder deine Sternschnuppe. Ich habe ein wunderbares Beispiel aus einer Folge TNG, die letztens kam. Es gibt ja mit Wesley immer wieder diese Hintergrundgeschichte mit dem Typen, mit dem Traveller, der auftaucht, mit dem Reisenden. Und wenn man jetzt mal ganz korrekt da drangeht, wissenschaftlich korrekt, und sagt, dass ein Wesley mit geschlossenen Augen vor Displays steht und da wild drauf rumtippt, weil das ja alles in seinen Genen drin ist, dieses mathematische, dass er das Beyond the Mathematical geht, also noch hinter das Mathematische und das aus Gefühlen heraus macht, finde ich das schlimmer als eine Sternschnuppe im All. Nee, ich finde die Sternschnuppe schlimmer, weil die Sternschnuppe ist einfach so Physik fünfte Klasse. Stein, Atmosphäre, Hitze, Sternschnuppe. Star Trek hatte immer schon Elemente mit drin, die ins Fantastische reingegangen sind, die man nicht nur so erklärt hat. Und wenn es dann meinetwegen eine Sternschnuppe im All ist, dann kann man es meinetwegen mit einem Asteroiden oder Mitroiden, im Weltall sagt man ja Asteroid, glaube ich, erklären, der einfach mal schnell her. Wie das Ding, dann sollen sie doch einen scheiß Kometen da reinmachen mit einem Schweif und keine Sternschnuppe. Mann, hey. Ja, also wie gesagt, an der, also ich fand, wie du gesagt hast, das interessiert mich, ich finde, ich meine, Saro fand ich mit den most likable Charakter in der ganzen Staffel, also mehr als die Michaela. Und ist auch ein geiles Kostüm. Ja, wenn du die Schuhe siehst, Alter, der muss ja jedes Mal die Haxe brechen, der Typ, aua, aua. Also wirklich richtig gut und das in der Viertelstunde Abzug kanzeln wird dem auch eigentlich gar nicht mal so gerecht, weil es ja, da hast du ja auch in der ersten Staffel so Brocken hingeworfen gekriegt. Also diese Gefahrganglien, warum sind die da, wo werden die da hingebeamt, werden die dann weggegessen, wenn die da irgendwo weggebeamt werden oder werden die zu Sklaven oder keine Ahnung, das sind ja Dinge, die interessant sind, also mich würde es interessieren. Und die brechen ja so ein bisschen auch schon wieder mit ihrem eigenen Kanon dadurch, irgendwie in den Kommentaren in der ersten Staffel wurde ja gesagt, dass es eine gejagte Spezies ist oder dass die immer so gejagt werden und das war ja gar nicht auf diesem Planeten, die wurden abgeholt. Die wurden abgeholt, vielleicht kommen sie dann wie in dem Predator Reboot auf so einen Planeten, wo sie dann Beute sind. Ja, okay. Aber das kann der Saru ja gar nicht wissen. Mhm, ja, genau. Weil er weiß ja nicht, was passiert mit denen, die weggebeamt werden. Naja, also sie sind in sich selbst schon nicht schlüssig, aber ja, bringen wir es auf den Nenner, eine Original Story, Saru hätte mich interessiert in einem, am mindestens eine Folge oder ein Zweiteiler, ja. Ja, und dadurch, dass es vor allen Dingen außerhalb von CBS All Access wahrscheinlich überall ziemlich untergeht, dass es diese Short Tracks gibt, ist es umso besorgniserregender, dass sie es so verheizen. Inwiefern? Ja, also ich finde es schade, dass sie es so verheizen. Die Tracks, diese Short Tracks oder diese Story jetzt. Diese Short Tracks und diese Story, weil es einfach außerhalb von CBS All Access, man findet es auf Netflix nicht wirklich, es wird nicht groß angekündigt, dass es so einfach untergeht. Dass Fans oder normale Zuschauer das wahrscheinlich noch nicht mehr zu sehen bekommen. Ja, das ist richtig. Ich glaube, wer Netflix einfach so drüber zappt und sagt, ach guck mal, da ist wieder Discovery, wird wahrscheinlich die Tracks, die Short Tracks nie finden. Genau. Ja, die letzte Folge, der Escape Artist, die fand ich dann sogar ganz nice eigentlich. Also Harry Mudd redet sich raus und benutzt Klone, sich immer wieder aus den Fängen der Kopfgeldjäger zu entwirren. Und das fand ich ganz nett. Also die Idee mit diesen Duplikaten und so, das ist so eine alte Toss-Idee. Das kommt da immer wieder vor, dass sich irgendwelche verrückten Wissenschaftler oder so auf ihren Planeten irgendwelche Klone, Duplikate, Gefährtinnen bauen. Das ist eigentlich wirklich ganz nett. Ist ja dann auch wieder so eine Art von Continuity. Und das fand ich eigentlich eine ganz nette Idee mit einem netten Twist. Das könnte so eine B-Story in so einer Deep Space Nine-Folge sein. Und der Darsteller von Harry Mudd, dieser Darsteller hat ihn ja schon öfters gespielt als der Originaldarsteller. Ja, das stimmt. Stimmt. Ja, jetzt wurde es gesagt. Rain Wilson heißt der Neue und der Alte hieß, hast du den im Kopf? Nee, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja, der hat ihn, glaube ich, nur zweimal gespielt und ein oder zweimal dann noch in der Animated Series gesprochen. Ja. Aber da will ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen. Wen die Animated Series interessiert, der kann ja mal, wenn er das nicht eh schon tut, bei den Kollegen von Dreck am Dienstag reinhören. Die sind nämlich gerade bei der Besprechung der Animated Series. Und da muss ich jetzt auch mal den Hut ziehen. Ich meine, sie sind noch nicht bei Discovery angekommen. Das wird irgendwie im Jahr 2031 sein oder so. Weil die gucken ja jede Woche eine Folge in chronologischer Ausstrahlungsfolge. Aber so wie sich das teilweise anhört, ist die Animated Series auch durchaus eine, sagen wir mal, nicht so erfreulich. Aber dafür geht es nur 20 Minuten pro Folge. Ich muss sagen, ich höre nur den Cast, ich kann das nicht ertragen. Also es ist mir zu albern. Ich verbinde mit der Animated Series auch nichts. Weißt du, die kommen ja auch vom Film Nations, wie die Ghostbusters, mit dem Affen oder wie He-Man und She-Ra ab oder Marshall Bravestar. Aber das war meine Kindheit. Und die Star Trek Animated Series, das ist Anfang der 70er. Da war ich noch flüssig. Und das wurde ja in Deutschland auch nie wiederholt. Das ist nicht meins. Also da habe ich ein Problem. Gefällt mir einfach nicht. Ich habe sie auch nur mal kurz gesehen, mal wieder reingesehen. Und allein aus der Animationstechnik konnte ich sie mir jetzt nicht mehr anschauen aus heutiger Sicht. Also von daher überlassen wir dieses Feld dann den Kollegen. Ja, nochmal zu der Escape Artist rum. Ist eine nette Folge, aber mehr halt als auch nicht. Aber da war ich ganz gut unterhalten. Wie gesagt, als B-Story absolut in Ordnung. Zweitbeste dieser Viererrunde so irgendwie. Genau. War was kleines Spaßiges. Ich, äh, Kalypso ist in der Tat mein Favorit. Aber die kommt, glaube ich, auf Platz zwei dabei. Und da sieht man auch, dass man, äh, mit ein paar lustigeren Charakteren auch mal in diesem Universum was reißen kann. Ja. Und weißt du was? Beide Folgen, die mit Discovery am wenigsten zu tun haben, sind vorne. Na ja gut, ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Übrigens kleines, kleines Trivia, was, glaube ich, auch erst letztes Jahr wirklich nach, irgendwann nach der ersten Staffel gesagt wurde. Äh, diese Time-Loop-Episode mit Harry Mudd. Ja. Die wurde auch nur gemacht, um, ähm, Geld zu sparen. Weil das Wiederholen so viel Geld, äh, weil das Wiederholen so viel Geld gespart hat. Ja, und weil sie in den ersten zwei Episoden wahrscheinlich die Dreiviertel des Budgets verballert haben. Ja, das kann gut sein. Also manchmal denkst du dir so, sind das nicht so die Profis am Werk, ne? Nein, 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 dass dieses mit dem, mit dem weniger Budget für eine Episode ausgeben, diese typischen Bottle-Episoden, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja, ja, nein. Das hat Star Trek ja auch immer wieder gemacht, denkt ihr, die ganzen, äh, hatte TNG doch auf. Ja, ja, Clip-Shows, ja. Aber nein, mir ging es nur darum, einfach sein Budget in den ersten zwei Folgen so rauszublasen, dass ich hinten raus halt ein Problem kriege. Ja, das glaube ich nicht mal. Aber hier haben die, glaube ich, Prioritäten gesetzt, was ganz gut war und was meistens auch zu kreativen, ähm, Highlights führen kann. Ja, das war eine der stärksten Episoden. Genau. Ja. Also Bottle-Episodes können richtig, richtig gut sein. Also meine liebste Bottle-Episode ist immer noch in allen möglichen Serien, ähm, bei Breaking Bad, die mit der Fliege. Wo er die ganze Zeit in der, in dem Megalabor unten rumläuft, um eine Fliege platt zu machen. Diese Episode wurde gemacht, um Geld zu sparen und ist für mich einfach eine der besten Breaking Bad-Episoden, die es gibt. Hm. Meine beste, äh, Clipshow-Episode ist die Allfolge gestatten, mein Name ist Schlegel. Okay. Boah, ich glaube, er langt, glaube ich, in die Steckdose und hat dann so eine Karte von so einem Versicherungsmakler in der Hand oder so und wird dann halt, glaubt, er ist für den Versicherungsmakler Wayne Schlegel. Nee. Und die Tanners haben ihn entführt. Denkst du doch bestimmt gerade nur dran wegen Dschungelcamp, oder? Nee, das nicht. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich dran, dass wir bald zum Ende kommen müssen. Denn, wie jedes Jahr, ja, auch natürlich in diesem Jahr, steht der Januar bei mir ein ganzes Zeichen meines Guilty Pleasures und der einzige Grund, einmal im Jahr bei RTL reinzugucken. Ich weiß, jedes Jahr haben wir die gleiche Diskussion. Und letztes Jahr habe ich dir auch recht gegeben, dass du sagst, das muss man nicht gucken, weil es wirklich ein bisschen langweilig war. Aber dieses Jahr ist es absolutes, pures TV-Gold. Also, es war sehr lustig, oder es ist sehr lustig. Und von daher muss ich doch gleich mal gucken, wie es weitergeht. Du, ich hätte sogar diese, ich hätte dieses Jahr die Zeit, weil ich gerade in der Elternzeit bin, das zu gucken, wenn irgendwann mal meine Kleine schläft und ich das nebenbei, äh, das, das Fernsehen anmache. Aber ich tue es mir nicht an. Ich tue es mir wirklich nicht an. Deshalb schaue ich nebenbei wieder TNG durch. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Vielleicht kriegt dann deine Kleine auf unterschwellige Weise das ja dann da auch mit. Das hoffe ich, ja. Ja, weiter geht's mit den Track Nerds. Dann in zwei Wochen wieder. Das heißt, wir werden uns jetzt ganz gemütlich die ersten beiden Folgen von der zweiten Staffel Star Trek Discovery reinziehen. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, wenn wir dann die ersten beiden Folgen besprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ihr dürft auch sicher sein, wir mögen Star Trek. Und ich mag auch Star Trek. Und ich möchte auch die zweite Staffel mögen. Und ich hoffe einfach, dass wir dann dieses Mal nicht so viel zu meckern haben. In diesem Sinne, machtet Jort, was immer ihr gemacht habt. Bleibt uns gewogen, wenn euch das heute gefallen hat. Gebt uns ein Däumelein nach oben. Schreibt uns eine E-Mail, was ihr erwartet, wie die ersten beiden Folgen werden. Wie euch die Short Tracks gefallen haben, an info.nerdizismus.de oder kommentiert in den sozialen Netzwerken jeweils unter diesem Post. Wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen. Da dürft ihr auf iTunes was dalassen. Ihr dürft bei Spotify ein Abo dalassen. Oder wie immer im Post der Folge auf nerdizismus.de haben wir ja unsere Umfragefunktion. Da könnt ihr auch einfach mal anklicken, wie euch das heute hier gefallen hat. Michael, vielen Dank. Kannst dich wieder hinlegen, kannst weiterschlafen. Wunderbar. Wann kommt das erste Bild von dir mit Töchterlein auf der Brust, wo du pennst? Gibt es das schon? Ich glaube, es gibt es nicht richtig. Ich habe bei Facebook mal ein Profilbild gemacht, wo sie auf meiner Brust pennt. Ja, aber es gibt ja so diese Dinge. Der Klassiker ist ja, Papa auf der Couch pennt und Kind trampelt irgendwie auf der Brust rum oder so. Ja, dafür ist sie noch zu klein. Dafür pennt sie noch mehr als wir. Nur gut. Also in diesem Sinne, macht es Jort, liebe Hörer, da draußen. Bis dann. Ciao. Tschö. 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 Tschö.